Mein Name ist Verena Böhr, ich bin Heilpraktikerin für Psychotherapie, Hypnose-Therapeutin und mein Schwerpunkt ist die ganzheitliche Gewichtsreduktion, Körper, Geist und Seele in Einklang bzw. auch wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Und in meiner Praxis bin ich jetzt schon gut zehn Jahre tätig und habe schon sehr viele Frauen begleitet, auch nicht nur körperlich loszulassen, sondern auch emotionalen Ballast. Und die Produkte der Eussenheimer Manufaktur sind da eine sehr, sehr hilfreiche Unterstützung. Ich weiß, wo kommen die Produkte her und ich weiß, wie viel Herzblut in jedem einzelnen Produkt steckt. Und das ist für mich natürlich auch wichtig. Es ist regional, es ist Bio-Qualität und es ist wirklich so viel Liebe in den Produkten und allein das ist schon, ja, das ist Gold wert. Die Base und die Basenkur sind für mich natürlich super schöne Produkte, weil wir hier auf natürliche Weise den Säure-Basen-Haushalt regulieren können. Und da wissen wir, wenn wir übersäuert sind, dann wirkt sich das natürlich auch ungünstig auf unsere Psyche aus. Und ja, dadurch, dass meine Schwerpunktarbeit in der ganzheitlichen Gewichtsreduktion ist, also gerade hier kommen ja Frauen, die nicht abnehmen können, die wirklich verzweifeln, auch an dem, ja, an dem nicht abnehmen können. Und da fangen wir mit dem Säure-Basen-Haushalt an und eben mit der, ja, den Basen-Produkten, um hier auch dem Körper zu helfen, loslassen zu können. Und da, ja, merken meine Kundinnen natürlich gleich, dass da im Körper sich was bewegt, was die Stimmung hebt, wenn ich merke, ja, auf einmal meine Abnehmerfolge kommen voran. Und deswegen, die Base ist hervorragend. Also die Produkte der Eussenheimer Manufaktur sind schon immer begleitend auch zu meiner Heilpraxis für Psychotherapie eingesetzt worden, weil wir wissen, wenn der Darm gesund ist, ist auch unsere Psyche gesund. Und das ist natürlich eine wunderbare Möglichkeit, Körper und Geist wieder in die Balance zu bringen. Und das hilft mir, meine, ja, Hypnose-Therapie oder die systemische Arbeit eben zu unterstützen, wenn meine Klienten einfach auch körperlich fit sind.